Musik 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 ARD Text im Auftrag von Funk Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Musik Das war ja auch nicht so erwartet, dass er gerade ganz heiß ist, kommt. Ja, es reicht eure Ikone, wir haben euch trotzdem alle lieben. Aber alt ist ganz klar, alt ist ganz klar, Nazis raus, 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 Nazis raus. Schaut man den Spiegel, wie hassverbundet ihr seid, wer sind wir die Extremisten, ihr seid die Faschisten, die keine andere Meinung geordnen. Und damit sage ich euch ganz klar, Nazis raus, 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 Nazis raus. Nazis raus, Nazis raus, Nazis raus, Nazis raus, Nazis raus, Nazis raus. Das gefällt euch auch nicht, weil ihr ja so gerne Krieg spielt und am liebsten gerne selbst in die Ukraine oder nach Israel fahren wolltet und dann mit zu Bomben und zu töten. Deswegen haben wir noch einen für euch. Ich sag Frieden, ihr sagt Freiheit. Frieden, Freiheit! 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 Frieden! Freiheit! Frieden! Freiheit! Frieden! Freiheit! Frieden! Jetzt haben wir auch eine ... ... Ich habe noch eine Parole abgeschaut, für die wir drüben hier uns zutreten. Keine Rechte für Nazi-Propaganda! Keine Rechte für Nazi-Propaganda! Keine Rechte für Nazi-Propaganda! Keine Rechte für Nazi-Propaganda! Aus diesem Grund lehnen wir die GEZ-Medien und die GEZ-Zwangsgebühr ab. Denn diese Medien haben zu keiner Zeit objektiv berichtet. Sie sind nicht mehr unsere Medienberichterstatter. Alle karaktive Medien müssen diesen Job übernehmen. Und deswegen sind die GEZ-Medien abzulehnen. Aber aus diesem Grund sind wir auf der Straße, weil wir es für unsere Pflicht gemacht haben, für den Frieden, für die Freude und für alle Mitbürger mitzudemonstrieren, die nicht verfrieden mit dieser deutschen Politik sind, die öffensichtlich gegen die deutschen Bürger gerichtet ist. Und wir fahren nie wieder mit dem Bus, wenn man darf. Maske tragen. Bus! Okay! Bus! Bus, Bus, Bus! Bei meiner Maske oder wie Bus, Bus, Bus! Fahrt der nie wieder mit dem Bus, Bus, Bus! Der Maske trinkt, der hat den Schutz, Schutz, Schutz! Wer steigt da in den Bus mit Maske ein? Das kann doch nur das Dumme Kleichen sein! Sein Lache schreibt nicht mal mit Tageslicht! Darum will Karlchen auch die Maskenpflicht! Obwohl so mancher kommt, was immer zählt! Und sich hat Deutschland mit der Maske quillt! Könnte die Loser doch so einfach sein! Steigt nicht mehr ein! Oh, in Göttingen! Wir fahren nie wieder mit dem Bus, Bus, Bus! Weil man darf Maske tragen muss, muss, muss! Fahrt der nie wieder mit dem Bus, Bus, Bus! Der Maske trinkt, der hat den Schutz, Schutz, Schutz! Liebe Fahrgäste, für die Leiterfahrten würden Sie einen Anschluss-Fahrschein! Bitte büßen Sie diesen jetzt per Paper! Oder überweisen Sie auch das Spendenkonto! Vielen Dank! Was die sich immer rausnehmen, ne? Anu und Verstörer, von dem man täglich hört! Ein Schwurbler, Spinner, Covidio ständig stefaniert! Wir sind schon sehr, sehr viele und werden immer mehr! Was hier wird gut gemacht wird! Wir sind alle AfD, wir haben nichts zu allem gesagt! Okay, bestimmte Bürger sind passiv! Meinungsfreiheit links stabil! Die Geschichte hat gezeigt! Was passiert, wenn alles schreit? Polizei! Hier drüben gibt es Störer! Polizei! Es ist die Wahrheit! Von vielen ignoriert! Die Wahrheit! Von Medien ignoriert! Die Wahrheit! Von Eliten kontrolliert! Die Wahrheit! Die uns zusammenführt! Die Zelle sind errichtet! Die Impfung steht bereit! Die Schotteln sind als erstes dran, weil niemand nach ihnen schreit! Die Gesellschaft ist gespalten, durch Lügen provoziert! Egal wer noch gestorben ist, als Corona tot erzielt! Die Sterblichkeit stellt deutlich klar! Eine Pandemie war niemals da! Sie belügen uns das dritte Jahr! Wann wird's auch im Kontinent war! Die Geschichte hat gezeigt! Was passiert, wenn alles schreit? Was passiert, wenn keiner schreit? Und sich was auch als der Rügel drückt! Es ist die Wahrheit! Von Frieden inkludiert! Die Wahrheit! Von Medien ignoriert! Die Wahrheit! Von Medien ignoriert! Die Wahrheit! Im Kontinent inkludiert! Die Wahrheit! Musik 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 Whoo